Jo, willkommen zurück hier in den Böhmchen Dörfern. Der R ist wieder da. Wir spielen Kingdom Come Deriverance und Plan war jetzt zu suchen und zu finden. Gerade bin ich noch im Modus suchen. Ich suche für den Kollegen, der Wache schieben muss, irgendwas heiliges. Mal schauen, ob ich da irgendwie was finde, was sich irgendwie anbietet. Du hast einen Dreiteufelsnamen. Glaubst du, was du da machst? Wenn du dich nicht verprisst, gibt's Ärger. Okay. Hm. Okay, hier gibt's Ärger. Dann gehe ich erstmal und ignoriere das erstmal. Da könnte man mal nachts gehen, glaube ich. Das wäre so ein schöner Nachtausflug. Das wäre ein schöner Nachtausflug. Okay. Ja, Johanka, wo bist du? Okay. Na gut. Hm, kann mit Kim reden. Okay, so, dann. Schauen wir mal auf die Karte. Wir müssen hier hoch. Rofna. Okay, na dann. Auf geht's. Schwing dein Gaul und dann gucken wir mal. Ja. Ja. Rofna. Mal gucken. Also wir suchen jetzt Pater Simon, den alten Heilkundler, dass der uns da unten ein wenig hilft. So, schauen wir mal. Und dann müssen wir tatsächlich mal gucken, dass wir mal wieder ein bisschen zu Geld kommen. Also es wäre tatsächlich dann mal dran, irgendwie... ...irgendjemanden umzutraschen, glaube ich. Beste Grüße. Hallo. Hier scheint nicht viel los zu sein. Bist du hier ganz allein geblieben? Oh ja. Ganz allein. Die anderen sind entweder tot oder nach Ratai geflogen. Hm. Diese Wilden haben eine furchtbare Schweinerei hinterlassen. Das war schrecklich. Manche Leute liefen in die Kirche, aber diese Hunde haben schon dort gewartet. Sie wussten, wohin Verzweifelte fliehen. Wo hast du dich versteckt? Hm. Gott sei Dank habe ich meine Familie in den Wald geschafft. Ich sehe hier keine Familie. Ich hoffe, die Bastarder haben sie nicht gefunden. Nein. Mich findet keiner so leicht, wenn ich es nicht will. Hat meine Frau und ein paar andere nach Ratai geschickt. Ach, das tut mir leid zu hören. Und warum bist du ganz allein hier geblieben? Mein Bruder hat sich mit irgendwelchen Landstreichern davon gemacht. Und als mein Vater starb, musste ich ihm schwören, nie unser Heim zu verlassen. Du hast deine Schwur sehr ernst genommen. Stimmt. Aber langsam wird es hier wieder gefährlich. Hm. Wären es nur die, nehme ich mir eine Axt und das wäre es. Aber vor ein paar Wochen kam Gesindel vorbei. Sie bettelten mich um Essen an und wollten gar nicht mehr gehen. Wären die noch ein wenig hungriger gewesen, hätten sie Kleinholz aus dem Hof gemacht. Von derartigem Gesindel habe ich auch schon gehört. Hm. Glaubst du, die Menschen werden wieder zurückkommen? Ich weiß nicht, wie es mit den Skarlitzern aussieht, aber meine Nachbarn kehren sicher zurück. Sie wollen nur geistlichen Beistand. Du meinst ein Pfarrer? Ja. Wenn Krieg ist, kämpfen Adelige, um ihr Land zu beschützen. Aber einfache Leute wollen nur jemanden, der sich um ihre Seelen kümmert. Wohl wahr. Aber für euch war der Skarlitzer Pfarrer zuständig, oder nicht? Stimmt. Aber seit dem Angriff ist er verschwunden. Jedenfalls ist er nicht bei den anderen Flüchtlingen in Rattei. Das ist wahr. Das habe ich ihn nicht gesehen. Sag mal, Junge. Könntest du uns nicht helfen, einen Pfarrer für unser Dorf zu finden? Sicher, ich kann fragen. Ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll. Da kann ich sicher helfen. Vor ein paar Jahren gab es einen anderen Pfarrer in Skarlitz. Wie Simon, glaube ich. Simon? Pater Simon? Ich kenne ihn. Das ist derjenige, der vermisst wird, oder? Ach, herrje, die Liebe. Die Geschichte ist mir neu. Sowas erfahren nur Leute, die es erfahren wollen. Also, um die Geschichte zu beenden, Simon verließ die Gemeinde und Flo, wie du weißt. So ist das mit diesen Simons. Ich kenne ihn nicht, was von ihm gehört oder gesehen, bis er diesen Frühling hier auftauchte. Und was wollte er hier? Tja, gute Frage. Die Leute sagen, er ist Einsiedler geworden. Also gut. Wo finde ich ihn? Kann ich nicht genau sagen. Frag am besten die Eltern von dem Mädchen. Sie leben auf einem Hof in der Nähe und wissen vielleicht was. Er hat vielleicht sogar mit ihnen geredet. Ich gehe zu ihnen und höre mir an, was sie zu sagen haben. Gott sei mit dir, Junge. Ich hoffe, du findest ihn. Wenn mich irgendein Heide absticht, will ich wenigstens ein gutes Begräbnis. Oh, Mann. Ich bringe dir jemanden. Gott behütet dich. Oh, ho, ho, ho. Tja, jetzt habe ich hier natürlich das Problem. Questgeber. Finde Pater Simon. Ja. Das ist ja toll. Das kann ich mit ihm auch nicht mehr reden. Hm. Das ist kack. Das ist kack. Hallo, ich habe doch hier... Das ist bescheuert. Wo leben sie denn? Das ist jetzt Mist. Die Elfen... Hm. Die Eltern leben... Beim Gehöft in der Nähe. Ja, die Frage ist... Wo ist das? Das ist jetzt... Das ist jetzt echt nicht schön. Ein Mann Gottes. Ah, warte mal. Dann machen wir hier weiter. Ah, da. Guck mal. Ha! 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 Komm Pebbles, wir reiten nach Texas. Das Klopapier holen. Ja! Oh, jo, 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 jo. Aber bricht dir nicht die Beine. Hopp, 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 hopp. Das Pferdchen läuft galopp. Puh. So, dann gucken wir mal. Oh, das ist aber weit. Jetzt sind wir wirklich gleich ins Gartels. Jetzt sind wir gleich wieder zu Hause. Ja, dann schreitet man hier so durch die Gegend. Es wird langsam dunkel. Und Pebbles trägt uns nach Norden. So schnell es ihre müden Beine erlauben. Da könnten wir wirklich mal den Schatz unter dem Taubenschlag suchen, oder? Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht schlecht. Na dann, Pebbles. Jetzt zeig uns, was Eiler heißt. Da ist ein Bienenstock. Ja, die Frage ist, was mache ich denn mit einem Bienenstock? Komm, Pater Simon, ich brauche dich. Hallo. Wo ist er? Was passierte zwischen Simon und deiner Tochter? Nichts, was nicht ständig geschieht. Unsere Maria war sein Hausmädchen ins Wald. Sie war sehr, sehr schön. Und er jung. Also nahm die Natur ihren Lauf. Junge Leute eben. Eines Tages kam sie zurück. Hatte einen ordentlichen Baum. Ja. Solche Dinge passieren eben. Was kann man schon tun? Meine Reden. Ich war nur froh, dass sie jemanden hatte, der für sie sorgt. Aber unbedingt. Du hatte sie nie die Chance, das Kindchen in den Arm zu halten. Sie überlebte die Geburt nicht. Das ist ärgerlich. Das ist das Los der Frauen. Männer sterben auf dem Schlachtfeld. Und die Frauen im Wochenbett. Och Mann. Der Arme. Er hat es nicht verkraftet. Er war sich sicher, dass Gott Maria für ihre Sünde strafte. Och Gott. Unsinn. Menschen liegen ständig ohne den Bund der Ehe beieinander. Und Gott lässt sie zufrieden. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber wer bin ich, einen Pfarrer zu belehren? Und wer weiß? Vielleicht hatte er recht. Gottes Wege sind unendlich. Er war außer sich vor Trauer. Sprach nicht. Aß nichts. Weigerte sich, ein neues Hausmädchen einzustellen. Und eines schönen Tages war das Pfarrhaus leer. Hat lange gedauert, ehe ein neuer Pfarrer einzog. Wo finde ich ihn? Angeblich soll er sich hier herumtreiben. Hab ich auch gehört. Und glaub's auch, obwohl ich ihn selbst nicht gesehen hab. Was? Nachdem unsere arme Maria gestorben war, nahmen wir etwas von dem Geld, das uns Simon gegeben hatte und errichteten ein Kreuz an der Straße. Und seit kurzem schmückt es jemand mit Beinwellkränzen, ihren Lieblingsblumen. Du glaubst, es ist Simon? Wer weiß. Vielleicht ist's ja auch ein Wunder. Ich glaub alles. Ist aber seit langem kein frischer Kranz mehr abgelegt worden. Vielleicht ist Simon weitergezogen. Verstehe. Hm. Westlich von Scarlitz stehen Absetzbecken für die Mienen. Dort ist auch ein bewaldeter Hügel mit mehreren Wegen. Marias Kreuz steht an einem davon. Beim Bach. Vielen Dank. Mhm. Ich gehe da. Tu das. Ach hey. hier geht es ja zu so okay dann könnten wir ja hier das liebes werben mal rausnehmen und dafür erbarer die der schatz hier wenn wir schon mal hier sind da können wir auch mal den taubenschlag plündern oder lauf pebbles ach man über die weiten eben in der heimat wollen wir reiten gar nichts jetzt wird es auch noch dunkel finden wir zu hause schlafen fällt mir gerade so ein das wäre doch witzig hier sieht es aus wie kraut und rüben das ist natürlich die frage die sich mir gestellt ist treiben sie hier immer noch irgendwelche typen um wer bin ich und wenn ja wie viele so taubenschlag das war doch hier drüben irgendwo wir sind doch beim reinsteigen das ist auf jeden fall irgendein hühner stall das glüht immer noch hm aber normalerweise das wäre ja eher ein hühner stall taubenschlag ist ja eher so was höheres oder seit die frage ob die dasselbe unter einem taubenschlag verstehen wie ich das so verstehen würde das wäre jetzt die entscheidende frage sagten die karte zur lage die karte sagt ich habe keine ahnung taubenschlag also taubenschlag wäre hier dass das sieht doch so aus so ich muss mal ich brauche mal meine schaufel so ins inventar weil das könnte schon so ein taubenschlag sein finde ich brunnen normalerweise kommen wir tauben auch immer wieder nach hause normalerweise müssten die ja wieder da sein und das könnte auch noch ein taubenschlag sein das ist auch noch einer der steht sogar noch das ist definitiv ein taubenschlag guck mal der da wie ist denn mit dir das ist definitiv ein taubenschlag hm hallo das ist doch jetzt nicht ernst ist doch was steht hier moment wir schauen mal angeblich in skala ist dafür noch ein schatz finde den schatz unter die im taubenschlag ich bin unter dem taubenschlag es gibt wahrscheinlich noch mehr taubenschläge kann die tausel tatsächlich jetzt nicht anders benutzen kann die tausel tatsächlich jetzt nicht anders benutzen okay dann gehe ich erst mal irgendwo pennen hier ist noch ein tauben ach ja Gott gibt es ja jede menge taubenschläge guck mal ist doch schon wieder einer das ist halt keine gute beschreibung unter dem taubenschlag ach leute wo kann ich denn jetzt hier pennen ich brauche das meine nacht stätte ich brauche ein nachtlager mädels kommt rückt raus damit unter dem taubenschlag unter dem taubenschlag das ist auch krank dass ich jetzt hier gar nichts benutzen kann hm 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 hmhmm hm 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 hier wird es doch noch irgendwo ein verkacktes bett geben tja Oh, hier ist es aber dunkel So, na dann wetten wir uns erstmal nieder Ja, bis um 6 Komm, mach voll die Energie Okay, so, jetzt ist es hell Können wir nochmal in Ruhe gucken Ein Taubenschlag Ja, also jetzt ist ja die Frage Wie definieren die Taubenschlag Für mich sind das diese langen Teile Da auf dem Ständer, wie ich dort unten hatte Hier ist noch einer zum Beispiel Sowas ist ein Taubenschlag Fachbegriff So, jetzt ist die Frage Wie komme ich jetzt Ja, unter einem Taubenschlag Muss ich jetzt hier unter einem Taubenschlag langlaufen Oder was ist denn jetzt der Plan Das ist schön, davon gibt es Gott sei Dank Ohne Ende Hatte ja damals jeder so ein paar Viecher rumhängen Hier ist noch ein Taubenschlag Ich glaube, ich habe es Oh, ich habe ein Grab ausgehoben Das sah gerade aus wie eine Leiche Fußwickel, graue Tuniger Ach du Scheiße Das ist ja Das ist tatsächlich Eher Niso Oder bei Endinger Ja, okay Warte mal Kann ich das von hier aus benutzen? Nee, kann ich nicht Ich will wenigstens die roten Beindinge Ähm Nee, hier Rote Beindinge Ja, dachte ich mir Das dachte ich mir Da komme ich mit meinem kleinen Schneiderset nicht weiter Das war jetzt der Schatz, oder was? Da hat jemand Klamotten verbuddelt Das kann ich mir jetzt nie so richtig vorstellen Die Quest läuft auch noch Hm Da ist noch ein Taubenschlag Aber das sind die beiden Die ich jetzt letzte Nacht schon hatte Glaube ich Hm Ja, ja Das sind die, die ich schon hatte Hm Jetzt habe ich hier vergammelte Klamotten ausgebuddelt Ach komm Pebbles Ist das mir zu dumm hier So, wir reiten noch ein paar Meter Ja Oder haben sie das oben auf der Burg vergraben Hat die Burg auch einen Taubenschlag? Ich gucke jetzt hier nochmal Also hier ist schon mal nichts Die ist denn hier drüben noch Hier kann man ja nochmal nachgucken Das war auch mal einer Hier schauen wir nochmal nach Aber Gibt es nix zum Ne, gibt es nix Da gibt es nix So, jetzt reiten wir hier nochmal runter Schauen wir hier nochmal nach Und dann gehen wir nochmal Hm Kein Taubenschlag Den hatten wir schon Können wir nur nochmal ganz unten gucken Da ist noch einer Ah, warte mal Hier ist noch einer Ja Okay Vielleicht ist hier Hält der Schatz vor Graben Okay, Schätze sind die Nummer 3 Also ich hatte schon Angst Das ist jetzt wieder so eine Ah Sehr gut Ha Kunash hat die Wahrheit gesagt Aber den Kelch kenne ich doch Er gehört Behran Und der ist wohl auf Ich habe ihn in Ratai unter den Flüchtlingen gesehen Er trägt stets rote Kleidung Was nun? Hm Was nun? Ja Ähm Ich glaube Ich bin ja wieder nett Hm Glaubt man ja meistens nicht Aber es ist so So, jetzt gehen wir erstmal die Schaufel wieder zurück Inventar Von meinem Gäulchen Und jetzt Äh, ich glaube ich muss jetzt erstmal hier Mal meine Pflanzen Die kann ich ja auch mal dem Gaul überhelfen Guck mal Das nimmt mir nicht ganz schön Platz weg Bein will auch noch weg So, guck mal Dann haben wir nämlich wieder Luft Da haben wir noch Luft Da könnte ich ja tatsächlich noch Ja, was könnte ich noch Hm, Eisenhut Will ich den aufsetzen? Ne, erstmal nicht Okay, gut Das heißt an der Stelle Ich mache jetzt mal wieder Schluss Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen Hier Schatzsuche In Scarletz Wenn es gefallen hat Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Der Ära Der Ära Der Ära Der Ära Der Ära Der Ära Vielen Dank.